...tot. Den da, ich würde euch dann gerne das Ding, was ich gerade hier aufzeichne, zeigen, aber brauchen wir nicht. Ja, so. Halt erst wieder ausmachen. Den da anmachen. Der tut die oberen drei. Also die oberen und den rechten. Nachher wird es wieder nur Twilight Error werden. Okay, du zündest die beiden an, den da nicht, den da nicht, den an und die beiden nicht. Oh, ist ein bisschen blöd gezeichnet, aber... Nee, ist richtig gezeichnet, einigermaßen. Den da, den da, den nicht und den nicht. Okay. Gut. Was ist mit dir? Du zündest nur die links und rechts an, aber oben und unten nicht. Gut. Und du zündest die drei an. Also den, den, das nicht, den unteren, den nicht und den nicht. Jetzt gucken wir uns das mal genau an. Und du zündest die drei an. Äh, also machen wir erst mal den wieder aus. Die Dしゃ Renicides Und du zündest die drei an. Die D Intelligenzer Und du zündest die drei an. Und du zündest die drei an. Also probieren wir mal das folgendermaßen. Den erst anmachen. So. Genau, das bringt die zum Leuchten. Dann, den daneben würde die beiden zum Leuchten bringen. So. 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 Dann geht der an... Ja, ich glaube, ich hab's. Den hier als nächstes. Genau. Und dann den hier. Das dürfte die beiden nur den anmachen und dann haben wir's geschafft. Hm? Genau. Perfekt. Perfekt. Gut, was ist da drin? Schütze. Drohnen. Ein Schütze und ne Münze. Ach ja, mein Bogen mal wieder die Hand nehmen. Also der Kopf guckt immer hin und her. Ja. Auf dem Feld bin ich grad sicher. Du drehst den Kopf immer nur hin. Ach so, nach unten. Oh, okay. Das heißt, ich bin jetzt hier gerade sicher. Sicherheit selber speichern. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir da drauf treten. Okay. Okay. Oh, du drehst deinen Kopf so rum. Okay. Okay, die ist etwas zu stark. Ich könnte sie zurücklocken, aber meh. Okay, jetzt sind wir wieder oben beim Schachbrett. Da war ich etwas zu schnell, glaube ich. Oh, du drehst deinen Kopf. 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 Stehen, um speichern zu können. Du wirst dich da hindrehen. Genau. Das heißt, das fällt. Da sollte er eigentlich sicher sein. Oh. 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 Okay, schon wieder zwei Truhen und ein Rätsel. Oh. Oh. Also hier muss ich gegen einen zerbieten Geist antreten, der mir das Rätsel schnell nicht wieder kaputt machen könnte. Ok. Hm. Oh. sagt, bloß das Rätsel ist gelöst und ich kann da jetzt einfach sauber durchlatschen. Scheinbar. Das heißt, wenn, dann machen wir als erstes die Spinnen, bevor ich mich mit dem Serbit rumprügel. Mutters Rätsel hier mache. Dummdi-dum. Das sagt bei Questlogs so. Nichts Besonderes. Bereits. Und los. Schnell. Mir nach. Okay, mal gucken, ob hier jetzt gleich alle Spinnen kommen. Auf mein Zeichen. Zum Angreif. Vorsicht. Verstärk die Deckung. So, her. Für die Freiheit. Auf mein Zeichen. Die kriegen wir alleine. Ja, bringen wir es zu Ende. Zurück mit euch. So, dann holen wir uns die drei. Auf mein Zeichen. In die Schlacht. Das kürzelt. Mal gucken, ob ich mich versteinern kann. Ja, das kann ich. Dann können wir dann von dort aus runter gehen. Sofort. Die Oberspinne töten. Die Oberspinne töten. Weil die wird wahrscheinlich ein Gegenschutzkopf brauchen, den wir brauchen, um hier rauszukommen. Also zum Kater. Dann können wir hier oben weiter. Ja. Gut. Auf mein Zeichen. Ich denke mal, es ist wieder soweit zu speichern. Und ein Cut zu machen. Und ein Cut zu machen. Bis gleich. Pause machen. Da kommt eine Spinne. Bis gleich. Weißt du mal. Bis zum nächsten Mal.